In diesem Tutorial werden wir uns die wichtigsten Eigenschaften der natürlichen Logarithmusfunktion anschauen. Dabei stellt sich natürlich die Frage, welche dieser Eigenschaften eigentlich wichtig sind. Naja, in erster Reihe natürlich Definition und Wertebereich, sowie ein paar besondere Werte. Dann das Verhalten im Endlichen und natürlich nicht zu vernachlässigen Verschiebung, Streckung und Spiegelung. Wir werden an dieser Stelle anfangen mit den Eigenschaften, die sehr einfach anhand des Schaubildes der lnx-Funktion erkennbar sind. Und deshalb schauen wir uns diesen Schaubild, das rechts abgebildet ist, ein bisschen näher an. In erster Reihe interessieren wir uns, wie bereits erwähnt, für den Definitionsbereich. Das heißt, übersetzt, welche x-Werte kommen überhaupt für die lnx-Funktion in Frage. Ich denke mir am Schaubild ganz gut erkennbar, dass nur die positiven x-Werte in Frage kommen. Also, 0 und negative Zahlen darf man für x in dieser Funktion nicht einsetzen. Das Ganze kann man zum Beispiel so darstellen. d ist gleich r+, das bedeutet, alle reellen Zahlen, die positiv sind. Oder alternativ, wenn es euch lieber ist, könnt ihr das Ganze auch in Intervallschreibweise schreiben, und zwar von 0 bis plus und endlich. Als nächstes ist der Wertebereich. Wertebereich heißt übersetzt, welche y-Werte kann diese Funktion annehmen. Und ich glaube, das erkennen wir auch an dem Schaubild ganz gut. Das fängt ganz unten an, also bei minusunendlich. Und auch wenn sie sehr langsam steigt, auf der rechten Seite, wird sie dann irgendwann mal gegen plusunendlich ziehen. Das bedeutet, der Wertebereich hat keine Einschränkungen und ist r. Das bedeutet, alle möglichen Werte von minus bis plusunendlich. Außerdem gibt es zwei besondere Werte, die die Logarithmusfunktion annehmen kann, die an diesem Schaubild ganz gut erkennbar sind. In erster Reihe können wir gut erkennen, was die Logarithmusfunktion an der Stelle 1 für einen Wert annimmt, und zwar 0. Deshalb ist es gut zu merken, ln1 ist immer 0. Zweitens gibt es noch eine weitere besondere Stelle, und zwar e. Zur Erinnerung, e war ungefähr 2,71. Deshalb habe ich es auch an dieser Stelle eingetragen. Und die passende y-Koordinate an dieser Stelle ist 1. Deshalb wäre der zweite besondere Wert, ln1 ist gleich 1. Was man an dieser Stelle ebenfalls ganz gut hier am Schaubild ablesen kann, ist natürlich das Verhalten unendlichen. Fangen wir mit der einfachen Richtung an, und zwar wir schauen nach rechts, also für x gegen plusunendlich. Und ich habe bereits erwähnt, dass diese Funktion sehr langsam steigt. Allerdings wird sie irgendwann mal das plusunendlich erreichen. Deshalb gilt in dieser Richtung, dass f und x natürlich gegen plusunendlich läuft. Nach links sieht es nicht so einfach aus, und zwar gegen minusunendlich können wir es gar nicht laufen lassen. Grund dafür ist unser Definitionsbereich. Aber wir können die Kurve beim Annäherung gegen 0 betrachten. Das Ganze schreibt man dann so, für x gegen 0 plus. Dieses Pluszeichen hinter dem 0 weist nur darauf hin, dass wir uns von rechts aus an die y-Achse nähern. Und ihr könnt ganz gut erkennen, dass die Funktion ganz stark nach unten zieht. Also f und x läuft in diesem Fall gegen minusunendlich. Die restlichen Eigenschaften, damit meine ich natürlich Verschiebung, Streckung und Spiegelung, werden wir uns zuerst anhand von verschiedenen Schaubildern und Funktionstermen anschauen. Weil ich der Meinung bin, so sind sie am einfachsten nachvollziehbar. Im Anschluss gibt es dann eine Zusammenfassung, wo diese Eigenschaften anhand eines allgemeinen Funktionsterms dargestellt werden. Wie ihr eindeutig erkennen könnt, fangen wir an mit der Verschiebung in y-Achse oder auf der y-Achse. Dafür orientieren wir uns wieder an das Schaubild der lnx-Funktion. Also unser Anfangs-Funktionsterm lautet f und x ist gleich lnx. Und als erstes verschieben wir diese Funktion um eine Einheit nach oben. Entsprechend wird der neue Funktionsterm lnx plus 1 heißen. Wenn wir alternativ die Anfangs-Funktion um eine Einheit nach unten verschieben, betrachtet bitte an dieser Stelle die rote Kurve, dann wird unser Funktionsterm natürlich lnx minus 1 heißen. Fast genauso entspannt verläuft das Ganze auch für die Verschiebung in x-Richtung. Also, wir orientieren uns wieder an unserer grünen Kurve ln von x und wir möchten jetzt diese Funktion beispielsweise um eine Einheit nach rechts verschieben, das heißt die blaue Kurve hier. Entsprechend lautet dann unser Funktionsterm ln von Klammer auf x minus 1 Klammer zu. Oder wenn wir sie alternativweise um eine Einheit nach links verschieben wollen, die rote Kurve also, dann lautet unser Funktionsterm ln Klammer auf x plus 1 Klammer zu. Wie ihr wahrscheinlich erkennen könnt, taucht hier eine Besonderheit auf, die natürlich für alle Funktionstypen gilt, und zwar, wenn vor der 1 ein Minuszeichen steht, dann verschieben wir in die positive x-Richtung und wenn vor der 1 ein Pluszeichen steht, dann verschiebt man in die negative x-Richtung. Wieso das überhaupt der Fall ist, werden wir dann am Ende bei der Zusammenfassung sehen. Als nächste Eigenschaft betrachten wir die Streckung in y-Richtung. Dabei legen wir wieder los mit der Anfangsfunktion ln von x und die wollen wir beispielsweise mit Faktor 2 in y-Richtung strecken. Das neue Schaubild wird wie die blaue Kurve aussehen und es passt dem Funktionsterm dazu, lautet f von x ist gleich 2 mal ln x. Kurz gesagt, jeder Funktionswert, was wir ursprünglich hatten, hat sich verdoppelt durch diese Multiplikation mit dem Faktor 2. Alternativ können wir natürlich auch das Ganze halbieren, indem wir einfach die ln-Funktion mit dem Faktor 1 halb multiplizieren. Zur Erinnerung, wenn der Streckungsfaktor zwischen 0 und 1 liegt, nennt man das auch noch Stauchung. Und weil es an dieser Stelle wunderbar zusammenpasst, betrachten wir hier auch noch die Spiegelung an der x-Achse. Also anfangen tun wir natürlich wieder mit der lnx-Funktion und wenn wir diese Funktion an der x-Achse spiegeln wollen, dann wird sie erstmal bittlich wie rechts abgebildet mit blau aussehen und das passende Funktionsterm sieht dann so aus, f von x ist gleich minus ln von x. An dieser Stelle wollen wir für ein paar Augenblicke die gemütliche Abizone verlassen und kurz über den Tellerrand schauen. Die Streckung in x-Richtung bei der ln-Funktion kann gegebenenfalls eine interessante Sache sein und deshalb will ich euch das an dieser Stelle nicht verheimlichen. Also wir fangen wieder an mit der normalen lnx-Funktion. Und eine mögliche Streckung in x-Richtung könnte wie die blaue Kurve aussehen. Und ein passender Funktionsterm dazu lautet dann ln von 2x. Allerdings ist der Streckungsfaktor an dieser Stelle nicht diese 2 vor dem x, sondern der Kehrwert dieser Zahl, also 1,5 in diesem Fall. Und das ist eine Eigenschaft, an die ich hoffe, dass ihr euch noch erinnert von trigonometrischen oder Exponentialfunktionen. Da sieht man es auch öfters in diesem Zusammenhang. Und die ich später bei der Zusammenfassung noch mal ein bisschen näher läutern werde. Allerdings will ich gar nicht auf diese Sache angehen an dieser Stelle, sondern auf etwas anderes. Anhand von Logarithmusregeln kann man diese Funktion auch zerlegen. Zur Erinnerung, man kann jeden Produkt in ein Logarithmus, in eine Summe von Logarithmen zerlegen, so wie hier. Also aus ln von 2x wird dann ln2 plus lnx. Und wenn wir diese ln2 jetzt als das, was sie ist eigentlich betrachten, als eine Dezimalzahl, die ist ungefähr 0,7, dann wäre das eigentlich die Verschiebung um 0,7 Einheiten y-Richtung. Also aus einer Streckung wurde eine Verschiebung. Ja, das kann man leider nicht immer so auf diese Weise verallgemeinern, weil es gibt natürlich auch komplexere Funktionsterme, wo diese Verschiebung dann mit einem anderen Faktor multipliziert wird und so weiter. Allerdings, das ist eine interessante Sache, wenn man ein bisschen darüber nachdenken möchte. Die letzte Eigenschaft, die wir an dieser Stelle noch betrachten, und zwar die Spiegelung an der y-Achse, ist deutlich leichter nachvollziehbar. Für den Anfang orientieren wir uns natürlich wieder an ln von x. Und wenn wir das Ganze auf der rechten Seite jetzt an der y-Achse spiegeln, dann sieht die gespiegelte Funktion so wie die blaue Kurve aus. Und ein passender Funktionsterm lautet natürlich dann ln von minus x. Und auch wenn das bildlich sehr gut machbar ist, musst du trotzdem noch auf eine Sache achten. Wie wir ganz am Anfang dieses Tutorials gesehen haben, ist die ln-Funktion definiert nun Bereich 0 bis unendlich. Also das wäre unser Definitionsbereich. Damit die gespiegelte Funktion existiert, müsste sie natürlich ein anderer Definitionsbereich annehmen, und zwar von minus unendlich bis 0. Also, es ist möglich, aber achtet darauf, ihr müsst dann auch sozusagen ein neuer Definitionsbereich festlegen. Und zum Schluss, wie versprochen, eine kleine Zusammenfassung, indem wir die Verschiebung, Streckung, Spiegelung auf einen allgemeinen Funktionsterm beziehen. Der wird dann so wie folgt aussehen, wobei diese bunten Buchstaben A, B, C und D genau für die Eigenschaften stehen, die wir gerade besprochen haben. Und wir fangen natürlich in der gleichen Reihenfolge wie vorher besprochen. Das heißt, zuerst das D hinten und das ist die Verschiebung in Y-Richtung um D-Einheiten. Also, ich kann dann sagen, wenn zum Beispiel hinter der Funktion plus 2 steht, dass die Funktion um zwei Einheiten in Y-Richtung nach oben verschoben wird. Außerdem gab es noch die Verschiebung in X-Richtung, und zwar um C-Einheiten. Hier müsst ihr nur auf dieses Vorzeichen hier, was standardmäßig in der Formel gibt, weil er verfälscht ein bisschen die Zahl, mit der man verschiebt. Das heißt, solange ihr hier vorne ein Minuszeichen habt, bedeutet dieses Minuszeichen, dass ihr nach rechts verschiebt oder in der positiven X-Richtung. Und wenn hier ein Pluszeichen steht beim Zusammenfassen mit dem C-Wert, dann verschiebt ihr nach links, also in negative X-Richtung. Außerdem gibt es hier noch das A, das ist die Streckung in Y-Richtung mit dem Faktor Betrag von A. Die Betragsstriche an dieser Stelle weisen nur darauf hin, dass dieser Streckungsfaktor immer positiv ist. Das bedeutet, egal ob vor allem jetzt eine 2 oder eine Minus 2 steht, der Streckungsfaktor ist immer noch 2. Und wenn da mal ein Minuszeichen vorhanden ist, also wenn dieses A eine negative Zahl ist, dann ist die Funktion an der X-Achse gespiegelt. Und die letzte Eigenschaft, die vielleicht bei dem einen oder anderen vorher ein bisschen Kopfschütteln verursacht hat, heißt offiziell und kurzgefasst Streckung in X-Richtung mit dem Faktor 1 durch Betrag von B. Also auch hier nehmen wir nur die positive Zahl im Kehrwert. Und wenn da mal Minuszeichen vorkommen sollte, bedeutet das indirekt natürlich wieder eine Spiegelung an der Y-Achse. Zum Schluss noch ein paar Hinweise, die in Verbindung mit der LN-Funktion weiterhelfen könnten. Natürlich wird die LN-Funktion hauptsächlich dafür benutzt, Exponentialgleichungen zu lösen. Allerdings auch das Verhalten und Ähnlichem bzw. Bestimmung von Grenzwerte ist von großer Bedeutung. Und ihr müsst außerdem in der Lage sein, die LN-Funktion abzuleiten oder die logarithmische Integration zu verwenden bzw. Stammfunktion zu bilden mithilfe der LN-Funktion. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn Euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.